Hi Kollegen, ich habe ja das Problem, dass meine Nachbarn immer das Möpid zu laut finden und da habe ich mir überlegt, ich kaufe das neue Modell von Yamara, die Wildstar. Das ist die neue Wildstar, das ist ein reines Elektromotorrad, die sieht zwar aus wie eine echte, ist aber keine echte. Das ist ein Behilfsmotor. Ich halte jetzt mal den Elektromodus ein, der ist wirklich extrem leise, die Nachbarn bringen sich nicht mehr auf, ist gut. Fangen wir auf. Hier hört nichts und die ist an, krass. Yamara ist aber nicht ganz doof, Yamara hat gesagt, dass ich auch mal eine Robot fahren kann oder so, fahre ich ja schon ein Stückchen, braucht das Motor doch einen sogenannten Behilfsmotor. Der ist ja hier. Ich zeige euch den mal. Ja, es war etwas lauter, ich komme aber dadurch weiter. Danke.